XXXLutz hat auch bei Küchen die XXXL-Auswahl. Zur Bewerbung der Küchen sollte eine Always-On-Kampagne entlang der Customer Journey kreiert werden. Ziel war dabei die Generierung von möglichst vielen Küchenberatungsterminen in der Filiale. Entlang der Funnel-Stufen testen wir innerhalb der Kampagne verschiedene Botschaften. Daraus ergibt sich eine Reduktion auf vier Themengebiete. Tipps zur Küchenplanung, kleine Küchen, Markenküchen und, last but not least, der Küchenkonfigurator. In der darauffolgenden Consideration-Phase helfen wir dem User möglichst rasch an seine Traumküche zu kommen und haben den Küchenkonfigurator ins Werbemittel gebracht. Mit nur drei Klicks bekommt der User eine von 440 Küchenvarianten in der Ad angezeigt. Und all das dynamisch. Nur relevante User werden dabei sehr gezielt angesprochen. Mit Hilfe von Google-Daten haben wir einen Mix aus Zielgruppen mit hoher Kaufbereitschaft, Affinity-Targeting und Similar Audiences kreiert. Im Remarketing wird die Useransprache dynamisch dem On-Site-Verhalten angepasst. Und auch für die User des Küchenkonfigurators haben wir eine dynamische Ad konzipiert, die jedem seine persönliche Traumküche zeigt. Der Erfolg? Wir konnten die Beratungstermine um fantastische 132 Prozent steigern.